Haben Sie sich jemals gefühlt, als ob die Grundlage Ihrer Altersvorsorge unter Ihren Füßen zerbröckelt? Stellen Sie sich vor, eines Tages aufzuwachen und zu entdecken, dass die Rente, auf die Sie sich verlassen haben, die Sie sich seit Jahrzehnten unermüdlich erarbeitet haben, plötzlich weniger wert ist als erwartet. Das ist die harte Realität, vor der sich heute Millionen von Deutschen in Deutschland befinden, wenn Ihre Regierung erhebliche Kürzungen der gesetzlichen Renten in Betracht zieht. Aber was steckt eigentlich hinter diesen vorgeschlagenen Kürzungen und wie werden Sie den Durchschnittsbürger beeinflussen? Lassen Sie uns in dieses komplexe und emotional aufgeladene Thema eintauchen, das Schockwellen durch die deutsche Gesellschaft sendet. Bevor wir uns Eingehender damit befassen, möchte ich Euch dazu einladen, unserer Gemeinschaft informierter Bürger beizutreten. Wenn Sie einen Nutzen darin finden, die Feinheiten der sozialen Politik und ihre Auswirkungen auf unser tägliches Leben zu entwirren, dann sollten Sie unseren Kanal abonnieren. Ihre Unterstützung ermöglicht es uns, Ihnen weiterhin eingehende Analysen zu kritischen Fragen unserer Gesellschaft zu liefern. Nun wollen wir die beunruhigende Landschaft der deutschen Rentenreform erkunden. Die Luft ist voller Spannung, da die Nachrichten über mögliche Rentenkürzungen die Medien überfluten. Jeden Tag bringt die FDP, Wirtschaftsverbände und Ökonomen neue Vorschläge mit sich, wobei jeder scheinbar versucht, den anderen in seinem Eifer zu übertreffen, Sozialleistungen zu kürzen. Es ist, als ob Sie sich in einem makabren Wettbewerb befinden, mit dem Lebensunterhalt der Rentner als Preis. Die Aussage von Finanzministerin Lindner, dass für den Bundeshaushalt 2025 weitere Einsparungen notwendig sind, hat nur noch mehr Treibstoff ins Feuer gezaubert. Aber geht es wirklich um einen ausgeglichenen Haushalt oder geht es um eine tiefere Agenda? Wenn wir die Schichten dieses komplexen Themas zurückziehen, werden wir mit einer beunruhigenden Frage konfrontiert, warum scheinen Rentner und Empfänger von Grundeinkommen für diese Kürzungen ausgewählt zu werden? Deutschland, das seit langem für sein robustes soziales Sicherheitsnetz bekannt ist, scheint in seinem Engagement für seine schwächsten Bürger zu schwanken. Diese Prioritätenverschiebung hat viele dazu gebracht, sich in ihrem eigenen Land als Bürger zweiter Klasse zu fühlen. Der Kontrast ist stark, während die Rentner möglicherweise gekürzt werden, hält Deutschland weiterhin den zweifelhaften Titel des Weltmeisters für die Ausgaben von Steuergeldern in anderen Ländern. Diese Diskrepanz wirft unangenehme Fragen über die Prioritäten der Regierung auf. Warum gibt es zum Beispiel keine ähnliche Bewegung, die massiven Ausgaben für den Krieg in der Ukraine zu kürzen? Und warum setzt sich die Regierung nicht mit der gleichen Inbrunst für Friedensverhandlungen zwischen der Ukraine und Russland ein wie für den Konflikt in Israel? Diese Fragen schweben in der Luft, unbeantwortet, während Millionen von Deutschen mit einer ungewissen Zukunft kämpfen. Die Ironie der Situation ist vielen Beobachtern nicht entgangen. Im Jahr 2023 hat Deutschland Rekordeinnahmen gesammelt, doch uns wird gesagt, dass es eine wiederkehrende Haushaltslücke gibt, die durch Straffung der Gürtel bei den Sozialausgaben geschlossen werden muss. Diese Erzählung scheint nicht zutreffend zu sein. Könnte diese Lücke nicht leicht durch die Rückforderung der 5 Milliarden Euro, die angeblich für unnötige Gegenstände ausgegeben wurden, geschlossen werden? Und was ist mit dem potenziellen Gewinn aus einer Vermögenssteuer für die Superreichen? Nach ernsthaften Schätzungen könnte eine solche Steuer zusätzliche jährliche Steuereinnahmen von 80 bis 90 Milliarden Euro generieren. Die FDP ist jedoch entschieden gegen eine Besteuerung ihrer wohlhabenden Klientel, sondern setzt stattdessen auf Renten und Grundeinkommen. Ist das ein Fall, in dem die Privilegierten auf Kosten der Massen geschützt werden? Bei diesen Fragen ist es unmöglich, die tiefen Spaltungen in der deutschen Gesellschaft zu ignorieren. Die Kluft zwischen Ost- und Westdeutschland, von der man glaubt, dass sie sich in den letzten Jahrzehnten geheilt hat, scheint sich wieder zu vergrößern. Besonders die Menschen in der DDR haben das Vertrauen in die derzeitige Regierung verloren. Diese Desillusionierung wird schmerzhaft offensichtlich, wenn sie von Presse- und Fernsehvertretern über die Koalitionsregierung befragt werden. Noch alarmierender ist die wachsende Unterstützung der AfD bei jüngeren Menschen. Was sagt das über den Zustand unserer Nation aus, wenn ein erheblicher Teil unserer Jugend sich rechtsextremen Ideologien zuwendet? Haben wir unser Versprechen eines vereinten Deutschlands nicht erfüllt? Es geht um nichts Besseres. 21 Millionen Rentner stehen vor möglichen Strafen und das soziale Gefüge in Deutschland ist unter immenser Belastung. Die Menschen sind verständlicherweise nicht bereit, die Last dieser vorgeschlagenen Kürzungen zu tragen. Die FDP, die um ihr politisches Überleben kämpft, wird bei den bevorstehenden Landtagswahlen im Osten wohl kaum an Boden gewinnen. Aber ist ihre harte Haltung zu den Renten ein verzweifelter Versuch, eine bestimmte Wählerbasis anzusprechen oder ein echter Glaube an die Notwendigkeit dieser Kürzungen? Wenn wir diese Fragen betrachten, wird klar, dass Deutschland mehr als nur punktuelle Anpassungen seines Rentensystems braucht. Was benötigt wird, ist eine umfassende Rentenreform, die vielleicht nach dem Vorbild der arbeitsplatzbasierten Versicherungssysteme in Österreich oder anderen kapitalistischen EU-Ländern gestaltet wurde. Aber wie kommen wir von hier aus dorthin? Und wer wird solche Reformen in einer politischen Landschaft, die zunehmend zersplittert und polarisiert zu sein scheint, fördern? Die Herausforderungen des deutschen Rentensystems sind symptomatisch für größere Probleme moderner Demokratien. Wie können wir die fiskale Verantwortung mit der sozialen Sicherheit in Einklang bringen? Wie stellen wir sicher, dass die Lasten der wirtschaftlichen Anpassungen in der Gesellschaft gerecht verteilt werden? Und wie erhalten wir den sozialen Zusammenhalt angesichts wachsender Ungleichheit und politischer Polarisierung? Diese Fragen sind nicht einfach zu beantworten, aber sie sind entscheidend, mit denen wir uns als Gesellschaft auseinandersetzen müssen. Die heutigen Entscheidungen werden das Leben von Millionen Deutschen in den kommenden Jahrzehnten prägen. Werden wir einen Weg wählen, der das Wohl aller Bürger in den Vordergrund stellt oder einen, der die bestehenden Ungleichheiten verschärft? Werden wir einen Weg finden, die Trennlinien in unserer Gesellschaft zu überbrücken oder werden wir zulassen, dass sie sich weiter vertiefen? Wenn wir über diese wichtigen Fragen nachdenken, ist es erwähnenswert, dass nicht alle Nachrichten düster sind. Für viele Rentner, die möglicherweise eine Erhöhung der Rente auf 300 Euro erhalten, gibt es einen Hoffnungsschimmer. Dieser potenzielle Schub könnte in diesen unsicheren Zeiten eine gewisse Erleichterung bieten. Aber wie sichert man sich diese Steigerung? Und welche Kriterien müssen erfüllt sein, um sich zu qualifizieren? Die Komplexität der Rentenvorschriften kann erschreckend sein, aber sie zu verstehen ist entscheidend, um sicherzustellen, dass Sie alle Leistungen erhalten, auf die Sie Anspruch haben. Deshalb haben wir einen detaillierten Leitfaden vorbereitet, der erklärt, wie diese 300 Euro Erhöhung funktioniert und wie Sie sie in Anspruch nehmen können. Diese Informationen finden Sie im Kommentarbereich unter diesem Video. Ich ermutige Sie, sich die Zeit zu nehmen, um es sorgfältig durchzulesen, es könnte einen wesentlichen Unterschied in Ihrer finanziellen Situation machen. Da wir unsere Erforschung dieses drängenden Problems abschließen, habe ich mehr Fragen als Antworten. Wie werden sich die vorgeschlagenen Rentenkürzungen in den kommenden Monaten auswirken? Wird die öffentliche Aufregung eine Neubewertung dieser Pläne erzwingen? Und welche langfristigen Lösungen können wir uns vorstellen, um die Stabilität und Fairness unseres Rentensystems zu gewährleisten? Das sind Fragen, mit denen wir uns in den kommenden Tagen und Wochen weiter auseinandersetzen werden. Aber eines ist klar, die Entscheidungen über die Renten werden weitreichende Folgen für die deutsche Gesellschaft haben. Sie werden nicht nur die finanzielle Sicherheit von Millionen von Rentnern prägen, sondern auch das Wesen unseres Gesellschaftsvertrags und unserer Vision davon, was für eine Gesellschaft wir sein wollen. Was denken Sie zu diesem komplexen Thema? Sehen Sie mögliche Lösungen, die nicht umfassend diskutiert wurden? Wie können wir Ihrer Meinung nach die fiskale Verantwortung mit sozialer Gerechtigkeit in Einklang bringen? Und welche Rolle können die Bürger deiner Meinung nach bei der Gestaltung dieser wichtigen Politik spielen? Ich lade dich ein, deine Perspektiven im Kommentarbereich unten zu teilen. Lassen Sie uns einen durchdachten Dialog über die Zukunft unseres Rentensystems und damit der Gesellschaft führen. Denken Sie daran, dass Ihre Stimme in dieser laufenden Debatte wichtig ist. Wenn wir informiert und engagiert bleiben, können wir gemeinsam an Lösungen arbeiten, die den Interessen aller Deutschen dienen. Vergessen Sie also nicht, unseren Kanal für tiefere Analysen wichtiger sozialer und wirtschaftlicher Fragen zu abonnieren. Gemeinsam können wir diese herausfordernde Zeit meistern und uns auf eine gerechtere und nachhaltigere Zukunft für alle konzentrieren.